Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Pumma Victor, ich hab kein Bock, dass er jetzt Toplane Victor aussieht hier Puh.. Bin schön Tapший Spiel ja auch Toplane Vane, das kann auch sein AceCuber Das soll er halt Ach ne, stimmt. Der ADC ist ja Jungle. Also ich will wahrscheinlich die Sitten gehen. Die Song. Hey, was jetzt? Die Sitten ist so ein Champion, den muss man einfach spielen können, wenn man League of Legends spielt. Okay. Kann ich den noch nicht. Was soll ich bann? Was soll man bei Bottom spielen? Bann mal... Blank ist ADC, ne? Ich glaub, da kann er keinen Fiddlesticks gehen. Aber macht er bestimmt trotzdem. Alle von denen spielen den, ne? Alle von denen spielen Fiddlesticks, oder was? Ja. Das ist das Gesetz, so wie oft in dieses Team gekommen ist. Als Aufnahmesituation. Also? Hör mal hier Hype Musik an. Ich komm mal Poppy. Das nächste Game ist Deathmatch? Ja. Aha. Oh so. Oh. Oh stimmt. Stell dir vor, Johnny, du wärst jetzt Midlane und hättest Zoe gegen Offroll Midlaner. Das hätte auch geschmeckt, glaub ich. Ja, das macht richtig Spaß. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich mal mitlegen gegen Zoe spielen, ist das auch so, oh da ist ein E-Rollig betont. Ja. Ist immer mega free. So von wegen, ach, cleanse brauch ich glaub ich nicht. Vor allem wenn das so ADCs sind. Also no offense. Ne, ist ja wirklich so. Das ist einfach so witzig wie die Train. Noch ein Bann? Ach, nö, oder? Hä? Bann haben wir irgendwas? Noch ein Bann? Nö, brauchen wir nicht. Ich seh mal so einen schönen Olaf. Olaf. Olaf Schmola. Oh Gott. Wer jungelt jetzt eigentlich? Aber eigentlich jungelt. Jetzt seh ich mich am allermeisten auf ner Irelia, ey. Oh. Boah, ich krieg Aids. Ja, kannst du jetzt schon mal alle, die du gerade gesagt hast, knicken. Warum ist man denn so? Spiel ja nie wir. Kannst du dann Ryze spielen. Ryze oder Niko? Wir können Niko flexen. Ihr wollt doch Niko auch bei Angel Godplik, oder? Ne, ne, ich will Niko nicht spielen. Also ansonsten könnt ihr mir auch erstmal Lee Sin picken. Oh mein Gott. Digga. Zeig dir mal, wie wir den Champion spielen. Wir haben zwei gute Lee Sin-Spieler und Sola. Mit Kevin vielleicht sogar drei. Hallo. Was soll das jetzt? Ähm, welche Ruhe nehme ich mit? Conqueror. Wirklich? Ja. Die meisten spielen mit Electrocute, oder nicht? Nein. Also die Hälfte spielt mit Electrocute hier. Ja, 2018 vielleicht. Ja, warte, warte. Wozu fragst du? Ohne Witz, ey. Ich will ja nur die Meinung hören. Ja, wie gesagt Conqueror. Aber, 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 aber. Also Jankos spielt Electrocute. Ja. Gut, dann nehm ich jetzt Conqueror mit. Was sagst du zu Garen gegen Tahm Kench? Ist das was? Du musst verlieren. Hm. Kein Melee gewinnt gegen Tahm Kench. Es ist impossible. Cool. Es ist nicht Bö-Ple-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Conquer Domination, oder? Eventuell noch Ilaoi. Das weiß ich nicht. Gnar, Gnar ist auch fein, aber wenn du jemanden runterritten und du Fehler machst. Klingt sehr vielversprechend. Darius kannst du mal probieren. Darius, das weiß ich nicht. Wait, wo geht der Vari hin? Der ist Jungle. Ja. Ja. Ich hätte auch Twitch-Jungle spielen können. Das ist glaube ich ziemlich treu. Gegen Bollibear Tammu. Glaublich sind es nicht besser. Ja. Was sagt er dazu? Die wollen ja nicht wissen. Vayne top? Schöne Klepto Vayne. Gegen Tamm? Müsst du eigentlich fein sein, oder? Mach ruhig. Ob ich das im Late Game so umsetzen kann. Hier ist natürlich top oder was? Ja. Okay. Ah, komm. Er denkt sich jetzt so, hä, Vayne into Tristana, was? Also bisher ist jetzt unsere Comp erstmal giga random. Das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich. Warte mal, was spielt denn Kutscher für eine Rolle? Mitte? Mitte. Oh Junge, Junge. Der geht doch bestimmt Sets gegen Tamm. Kenn ich wohl die werden. Wollen wir noch? Bei so Yuumi oder sowas? Tim, was wollen wir spielen? Sag mal an. Ja, bei Yuumi oder so. Ich glaube, Nautilus könnt ihr euch ja hart wegflexen. Spielst du Nuko oder was? Ja. Oh. Wollt ihr vielleicht noch Nautilus bauen? Aber AP. Ja, 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 ja. Ne, ich würde gerne Nautilus selber. Achso, okay. Aber Nautilus gegen Tristana ist auch rigged, oder? Du kannst auch Brand spielen. Ja, gegen Tristana ist Nautilus nicht so geil. Die kann aus dem Q raus und bei der Ult einmal weg springen. Also so, ja. Würde halt für die Comp ein bisschen besser sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kriegen da jetzt nicht mehr die Kurve bei der Comp. Was soll ich bannen? Bin gleich wieder da. Kutsch, hast du noch einen Bann? Ich kann gegen alles spielen. Was willst du überhaupt spielen? Weiß ich noch nicht. Nicht Bann vielleicht. Einfach Fiddlesticks bannen. Einfach nur für den Fall, dass ein Midlane fiddl wird. Oder ein ADC fiddl oder irgendwas. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Support, yo. Irgendwer von den Spielern mal fiddl. Immer. Ich glaube, den Bollibear kann ich nicht wirklich 1v1 als Fleece hin, oder? Bollibear als... Nein. Nee, ne. Höchst wahrscheinlich nicht, außer du bist ahead. So, was picke ich? Mach's den kalt. Außer ihr habt seine drei Stacks vielleicht nicht. Dann kannst du ihn schon vielleicht auch traden. Dann dauert's ein bisschen. Ich kann ihn ja nicht töten mit der Passive ab. Äh, pick mir. Boah, ich hab jetzt schon Angst vor den Kicks und den Insects vor allem, ne? Da tut aber so weh, Leuten mal in die Sin-Spiel zu gucken. Ja, geh mal an Brand. Ich mein, die Sin ist wirklich jetzt nicht so bad. Mechanically nicht. Also es kann sein, dass ich halt jungle-technisch verkacke. Aber mechanically ist ja echt in Ordnung. Hast du das letzte Mal in die Sin gespielt? Das ist schon ein bisschen her. Wenn du kriegst nicht mal ein Insect hin. Das kann sein. Aber nicht mechanically bad. Flash Q, äh, Flash Ult kann ich. Oh, krass. Auch Ult-Flash. Vagia Vane Skin ist der Beste. Uff. Project, Fire Cracker. Arklight. Arklight, ja. Soulstealer. Arklight ist geil. Nee, jetzt Soulstealer find ich nicht so geil. Arklight. Arklight ist wirklich nice. Ich gekleppte, ne? Freescating, wir sind jetzt Minute 40. Was ist Kevin? Tim nicht hier gneit. Range. Wegen nix. Oh, nennen wir mal etwa n Bug. Max, okay. Kannst du auch TP spielen, wenn du willst? Auch nicht. Kannst du mitleben was mit CC picken? Dann können wir den wegcampen. Ja klar. Z. Wird eh Z werden. Es geht cocky sogar, actually. Fine, ne? Oh, ist das Timecatch Botlane? Oder Warwick Support? Warwick Support. Okay. Er pick wirklich Z. Ey. Ja, das ist Warwick Jungle und Wolybett top. Ja, wahrscheinlich, ne? W-w-w-wat? Aber ich glaub, gegen Wolybett bist du gleich auch fein. Egal, wen von denen ist er fein. Er hat alle Mini-Tanks. Klepp du, klepp du. Klepp du gehst da. Ja, ich kleppte mich hier durchs Game. Mit Jazz er besser die Sins-Skin, Godfist, oder? Ich find Knockout am besten. Knockout. Knockout? Knockout macht plus zwei RD. Oder der Dragonfist mit dem gelben Chroma. Der ist auch gut, ja. Was für den Brand-Skin? Hab ich nicht. Für den blauen Bad. Ich geh... 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 Ich bin auch Arclight. Also... Nice. Synergy. Ich geh auch Arclight. Ich bin Arclight Nico. Ich bin Arclight Zed. Ich geh gar nicht, du Arsch. Ich bin gar nicht. Den gibt's. Ich hab den schon. Ich bin Playmaker, Lee Sin. Weil ich mach Plays heute. I doubt it. Also ich sag mal, das Einzige, was ein bisschen problematisch werden könnte, wären die Wardjump Engages. Da kann ich mich für nichts garantieren. Wie geil der Brand aussieht, holy shit. Gott sei Dank ist Lee Sin nicht irgendwie davon abhängig. Der... Ich geh... Ich rush einfach... Ähm... Orakel. Dann äh... Brauch ich keine Watts. Brauch ich's gar nicht probieren. Okay, let's go boys. We got this. We got this. Let's go. Free win. We win. Wait, das ist doch Warwick Toplin. Wait, what? Ah, auch Free Matchup. Ich geh... äh... Warrior into Black Cleaver, oder? Ja. Naja. Äh... Warte an, Tim. Also Toplin können wir, glaub ich, ganz gut wegcampen eigentlich, oder? Also der wird halt beim ersten Gang seinen Flash verlieren, beim zweiten können wir auch runterchasen, oder? Joa, immer. Aber... Normalerweise hab ich hier Prio und Pushe. Wann läufst du, Tim? Und außerdem, by the way, Tim, äh... Du kannst dich in Lee Sin verwandeln. Lee Sin gibt dir 5-4-Movements wichtig. Das weiß ich. Äh, warum hast du dich verwandelt? Ja. Warum sollte ich? 5-4-Movements wichtig. Dann bin ich aber Melee. Vein. Vein? Er hat 10 weniger Movement Speed. Ich glaub, wenn du hart pusht, ich glaub, du wirst einfach komplett weggecampt, oder? Was ist denn, was gibt's denn, als er ist das? Äh, Q. Ja, ist doch scheißegal, was wenn du vorne bist. Oh, ein Pull hier, äh, Johnny, ja? Pull? Ja, natürlich. Soll ich Blubob starten, oder was? Ja. Nein. Was ist jetzt los? Wenn's mit W Solo starten, wird die Sin. Soll ich Solo starten? Nee, ich kann dir helfen. Also, wie du willst, wenn du sagst, du gewinnst die, äh, äh. Aber du startest aber W, ne? Ja, ja, W starte ich, ja, ja. Weiß ich, warum wir verloren haben, gerade eben, ich hab keine Musik an. Das war's. Du brauchst so richtige, also Rammstellen, wenn du wach bleibst. Okay, dann, Weißgirls, Abfahrt. Perfekt. Rammstellen des Weißgirls ist eigentlich das Gleiche. Es sei denn, dass ich einmal kurz Pause machen muss, wenn das Essen kommt. Nö, darfst du nicht. Lass doch einfach, äh, Tico oder Levi rangehen. Nee, die rennen dann weg. Die rennen eben hinterher den Pizzaboden. Echt? Weiß ich nicht, aber... Du musst schon aufpassen, wenn die Tür aufgeht. Ja, aber warum bringen die den nicht einfach, die Pizzaboden? Oh, gut. Go. Alle da? Ja. Johnny? Okay, ja dann Pause. Ja, okay, dann, äh. Also musst du mir sagen, Johnny. Ich hätte schon gern Pull, aber ich kann's auch ohne machen, wie du willst. Nö, nö, nö. Ich fühl mich da nicht an, dass ich mal jungler deswegen nicht gankt. Außer wenn sie dann in den 2-2-2 kommen. Ich würd, ich würd, äh, Golems, Raptoren, äh, Golems, äh, WTF, WTF, Raptoren, Golems machen, dann komm ich top. Dann reden wir nochmal nach den Raptoren, wenn du lobst, ne? Na gut. Ja, auch Red Buff, Golems sind top. Ich bin der Ösen, Mann. Kann man Level 2 ganken. Ja, kannst du machen. Wäre ein Mechanics on Point. Außer wir sind bei der Arc Light. Ja, auch nice. Ja komm, ich komm Level 2. Stameless Synergy. Ich hab halt noch keinen Slow, das ist halt ein bisschen kack. Ah ja, wir haben den Red Buff gepullt. Da ist der erste Treffer. Mein Gold. Boah. War das ein geiler Watcher, oder war der cool? Ah, da war, puh, fast Max Range. Krass. War wirklich fast Max Range. Ich wollt ja nur auf den Warwick kommen. Ich wollt den ja instan-Slowen, weißt du? Ne, war gut. War wirklich gut. Du kommst direkt nochmal. Heem! Ja, was los? Ja, was los? Doge! Aboki miss, Leute. Hast eh genommen? Ja. Abba, Abba. Bin gleich fertig. Ich komm gleich nochmal. Oh ne Moment. Ja, viel noch. Das ist die gute Vorarbeit. Oh mein Gott, ein Minion war davor. Geht's weiter? Ich hab kein Ward jetzt mehr, ne? Ah, ich hab noch den, der Ward steht noch. Perfekt. Ja, dass die nicht gestorben ist. Mhm. Super close. Botankernis haben's. Ah, das sieht nicht so aus wie der Botkaner. Oh oh oh. Ist da ein Pink-Bot hinter dir? War es Top-Start, oder war es Bot im Start? Bot-Start eigentlich. Haben wir, haben wir, haben wir. Chasen. Ich hab nix, ich hab nix. Nice. Kann auch sein, dass er eine Bot-Seite... Oh. Really? Oh. 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 Halt alles ab, Coachler? Hält alles ab. Hält alles ab. Wer einen Werf, Junge. Er ist n 10 W. Hast du schlägt. Geht nicht weiter. 2 W. Ah, ist schwierig, der spielt super safe. Jetzt nehme ich Lee Sin, ich glaube der riecht das glaube ich. Oh diese Vayntop. Ah da dachte ich, da geht noch was. Klasse du. Ich war noch kurz auf den Parry Charm. Geht Tim? Hä? Ja. Okay. Wie sieht's Bot aus? Super. Das ist doch schön zu hören. Hör ich nicht so oft. Hey, warte mal. Aber jedes Game komplett rasiert ihr Kläuse. Außer das Handicap Game, aber das zählt auch nicht. Was würde da gehen? Blade? Und dann Rageblade? Rageblade musst du gar nicht sagen, ob das gehittet wird. Ich spiele es aber schon gut. Oder willst du als zweites? Ich würde glaube ich schon Rageblade gehen. Vielleicht auch ein Phantom Dancer, das geht ja auch. Aber die haben halt viel AP. Also ich glaube da ist das schon besser. Scheiße, die haben geflasht beide. Oh mein Gott. Krasse. Das ist schon Level 5. What the fuck. Korki hat geflasht, sagst du? Weil Volibear kommt Bot. Komm ich komm ich komm ich komm. Volibear ist hier oben. Ich bin on my way. Oh das war insane. Hier, der. Top lane ist. Der hat keinen Passiver. Der hat keinen Flash. Der hat keinen Flash. Oh. Oh. Lass es drangehen. Lass es drangehen. Lass es drangehen. Schaffen wir den? Ja, easy. Ja? Ja. Einmal eine Nico AP. Das ist halt nicht so wie die PS glaube ich. Mit normaler. Ist auch klar. Damage. Boom. Kann man richtig sweet resetten. Wer sah nicht, wenn du nach der Cover noch schön den Pink vor dir clearst. Na klar. Dann läuft das hier. Guck mal, wir sind richtige Maschinen auf Frontline, Kevin. Ah. Mh. Oh. Ui. Kleiner Misplay. Einmal diese Top lane Inter. Ich hab ein bisschen. Ah. Hab komplett ver... Ich so. Oh, ich kann Warwicker Kinder. Der hat ja keinen CC. CC-Tömmich. Und nicht nur so Pikachu-Face. What the fuck. Unlucky. Der hat schon ein bisschen CC-E-Ult. Das, äh. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie. Der erste Entfalt, äh, 6. Golems, äh, Red Buff bin ich 6. Ah. Schön, Tim. Schön. Ich komm noch mal Bottling, Leute. Die haben keine Thumbs, ne? Haben sie nicht. Ach, so schade. Ich hab kein Flash. Ich glaub, mitlehn wird ohne Flash echt hart. So, one. Außer ja overextended. Da komm mal, der Apo-Overextender, ne? Der Warwick, der will hier oben zu viel. Der Corki miss, Corki miss. Ja, ich brauch aber schon. Corki miss, Johnny. Corki miss. Ja, der kommt ja nicht top. Na gut. Ist ein Mittler, oh Gott. Der endet die. Kann hier. Was für ne Bottling hier. Nee, ja. Golems bin ich 6. Können wir in der Mitte probieren vielleicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Nein, ich hab mit dem Shurikens gemisst, ich dumm Kopf. Warte, Q. Passiert dem besten Mal. Oh, da ist ein Wully-Bear, da ist ein Wully-Bear über uns. Aber die machen wir, glaub ich. Jawohl. Corki kann move'n. Corki kann move'n. Corki kann move'n. Der ist low, der wird character call'n. Der ist low. Okay. War Wully-Bear bei euch? Ja, ja, ja. Dann nehm' ich seinen Red. Er, seinen Blue. War Wick immer noch missen, ey. Der kann aus der Base auf den Blue-Beaf checken kommen. So dann. Eie, fallen wir da die Vision-Chance raus. Mann, wir sind einfach komplette Monster. Damage-Kurva! Ohhhh! Ich komm top, ich komm top. Oh, jetzt zu zurück, komm mit mir her. Weiß ich nicht. Ich hab mich so gefreut. Ich komm top, ich komm top, ich komm top, ich komm top. Ich komm top. Ich hab Watch-Up-Up. War der Q war nicht so gut? Ich hab die Handleys einfach schon ab. Ja, war okay. Ja, der Q war kacke, war auch in Minions rein. Ja, ja, ja. Mann, 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 ja. Ich hätte zuerst die Handleys einfach schon ab. Weil du erst Q und dann ulten sollen, ne? Genau das. Mach ich danach. Kannst du gleich sofort nochmal kommen und gucken, wie es geht. Komm mal, bitte. Geil, endlich mal Hilfe hier. Da ist er, äh, Flash-Up, oder? Der hat, glaub ich, keinen Flash-Up. Wolli-Bear ist beim Blue. Komm mal, ich komm mal. Der kommt top gleich, pass auf. Da hält selber kein Ult, ne? Der kommt safe top, pass auf. Ich bin 40 jetzt, und ich muss langsam mein differences. Oh, der Q. Oh, has' er gar Q ready? Wall-line drauf gegangen, gerade. Hast du natürlich gewusst. Ohhh, good job! Meine Augen. Nichts passiert. Hab' ich bekommen. Okay, ich komme, ich komme jetzt, jetzt, jetzt. Mein Shuttle ist ausgelaufen. Hit I miss, äh, bot lane. Die können hochkommen. Bolliwärm moved. Nice, ich bin on my way. Tastana moved auch. Oh, oh. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, ist ja noch Flash. Tastana und Tahm kennst du hinter dir, ne? Ja. Pass der Hilfe gut schon. Vielleicht. Oh, das war sexy. Oh, oh, oh. Ich bin tot, oder? Nee, nee, nee. Ich hab dich. Nee, hab dich doch nicht. Alles solide. Geht noch mehr. We in 5, we in 5. Da kommt jetzt gleich ne Package an. Alarm, Alarm, Alarm. Oh, ihr geht weiter. Alarm, 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 Alarm. Ganz entspannt. Ja, ja. War ja sexy Kevin, du. Oh, danke, danke, du. Ja. Habe ich schon Season 1 gespielt auf Worlds. Ey, er sieht mal ne 10 Jahre Erfahrung, Alter. Ja, haha. Können wir für den Dreck capern? Ich bin 40 Old. Das andere hat noch Old Ready. Gerade. Ah, haha. Das andere Flash. Wart mal hier ein bisschen Kutcher für dich. Geht hier. Nächster Drache, wieder 20 Sekunden, by the way. Ich muss resetten. Tim, hier ist ne Honeyfruit, wenn du willst, Tim. Nee, nee, ich hab 2700 Gold. Oh, okay. Ja, mach schnell. Eie, der hatte ich eben ja gar nicht geultet, der Limmel hier. Oh. Na, nicht Green, Volibear ist miss. Aber wenn der Top ist, nehmen wir Drake. Nee. Habe ich... Können wir Botlane was machen, Tim Gold? Ja, ja, natürlich. Wer ist denn da überhaupt? Corki könnte da immer auch unten sein. Oh, ich hab den der Gold. Ah, jetzt auch noch ein bisschen. Ah, jetzt auch noch ein bisschen. War jetzt ein sexy Play in der Mitte. Oh, haste, haste. Der ist nett, oder? Schade. Aber sexy. Oh, das ist doch schön. Trotzdem Drache, könnte er? Ja, ich find's super low, ich weiß nicht. Wobei, wie low ist Mitte? Mega low, also ist Kristana. Können wir den machen, Tim? Ich brauche deine Hilfe. Oh. Ja. Ah, heal. Kannst du hier elfen? Komm, ich komm her. Ich bin halt super low, ne? Na, ist egal, ich spiel da. Oh. Einfach meinte ich jetzt nicht mehr. Du hast keine Queue, ne? Nee, er hat gewählt, leider, als ich gequeert hab. Ich mach den. Na ja, sorry. Ja, Toplane ist cool. Weiß nicht, ob ich ihn töten kann. Ah, bis 30 TSV, Leute, super. Cool. Ich hab das Beste aus einem Weg. Ich spiel in ADC und Toplane. Oh mein Gott. Kann ich euch nicht töten, den Typ. Was geht man hier mal um Brand Waymax? Äh, W, ne? Support? Auch oder? Ja, ja, schon. Ja, W. Wie machen wir das jetzt mit dem Drake? Ich fange gleich an. Alter. Der, der, der geht jetzt Base. Moment, ich lass ihn nicht. Ja, ich mach Red, dann komm ich Drake. Oh mein Damage. Bei der Warwick Road haben sie sich aber nicht gedacht, dass Kruder uns generell was sinnvolles sind, ne? Ne. Kann Mitte probieren? Ich hab keinen Flash. Ist schwer. Kann ich aber selber töten gleich. Oh. Oh. Ich hab da fast den Step nur reingemacht. Joi, joi. Nice. Können wir Drake machen? Wo ist denn der Wohli? Ja, ja. Können wir machen. Wo ist denn der Wohli bei eigentlich? Weiß ich nicht. Ich hab keinen... Hier ist noch ein Pinkguard. Komm mal. So dumm, dass man 160 Gold für den Plating kriegt. Auf Botlin kriegst du immer nur 80, weil ihr das scheiß teilen musst. Oh, wie schade. Ja. Ja, ja. Warte, bitte. Dafür ist man auf Botlin. Das kann doch dein Ernst sein. Tim. Tim, Tim, Tim. Das war ein Freak. Koppel Trissana. Oh, wenn ich das aktiviert hätte, würde das... Ah. Ah, das ist so dumm. Hä? Holte auch der Tower. Oh, das hat er nice geschmiert. Ah, Tim, du bist aber auch gut, ey. Uh. Ich hab hier Top-TPs, oder? Was Max nicht zweites? Q? Warte mal geht's Sundry schon hoch? Nee, eh, eh, glaube ich für AOE, oder? Ja. Oh. Q geht halt nicht Stunt-Doration hoch. Ist ein bisschen lame. Ich da rauskomme, ne? Und ist halt ein Skill-Shot. Jawohl, ich kann nicht Top kommen. Warte, wie schnell der ist. Wer ist denn hier low? Sorry. Nee. Mach doch nicht die. Ich bin mir echt da. 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 Oh Mann. Doppelt lose. Ich konnte die nicht einholen und beim Weglaufen hat er dich da schnüffelt. Unlucky. Korki-Package? Äh, die machen, glaube ich, Harold. Bein? Thomas hier bei mir. Wie ironisch, dass die beiden Support-Mains die meisten Farben im Game haben. Thomas Top, der hat, glaube ich, alleine gewollt. Oh, hier, hier. Den nehmen wir, den nehmen wir, den nehmen wir. Johnny? Ja, ich hab hier mehr als... Der Wolf, Alter. Das ist einfach... Der fässt mich hier an und hier bin ich zu 10. Komm, ich komme. Der chased dich nicht, oder? Oder? Oh, 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 oh. Oh, shit. Alter, der ist ja gar nicht gefiedelt. Oh, die shit macht der Damage. Ja, der macht ziemlich viel, John. Ich hab 300 HP. Komm mal zu Zed wieder. Ah. Kein Zed nach hinten? Nee, nee, nee. Der ist Gold-4. Komm, rechts dann! Komm her, du scheiß Tristana! Komm, Top. Ah, da jumped hast du die ganze Zeit zwischen dir? Nee, ich glaub nicht. Nee, nee. Hast du, oder? Auf geht's, Kucha. Warte mal. Warte mal. Du dummer Wichser! Ich komm, ich komm, ich komm. Warte mal. Warte mal. Ja, ja, komm mal, komm mal. Und ihr sagt auch Wichser. Ah, das ist so schlimm. Ich bin schon weg, dann richtig. Können wir Harald machen? Was soll ich auch schon? Tört, 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 tört. Ich nehm Blue, ja. Wenn dir. Geil. Passt auf Cocky, auf der ist halt wirklich dick, ne? Aber der ist kein Flash. Aber der ist kein Flash. Ja, da noch play ich den easy. Und Öl, der ist hinter uns. Der ist alleine, oder? Keine Ahnung, glaub ich eigentlich nicht. Da haben wir eben auch mal gedacht, danach war ich tot. Aber warum? Gute Frage. Oh, there we go. Komm mal. Hey Cocky. Ne, der pusht lieber mit. Oh, da ist der Stunho. Auf geht's. Ah, die leetet einfach. Ah, guck mal. Hier, Vayne Mechanics. Kann man Harald machen? Harald, Harald, Harald? Der nimmst ja richtig Hops. Glaubt ihr, wie lange ich schon darauf warte, endlich Midlane Vayne rauspacken zu dürfen? Komm, Midlane ist doch deutlich schwieriger, oder? Ah, volle Funs. Also ja, auf jeden Fall. Es gibt wenig gute Matchups. Aber wenn eins kommt, ne, dann bin ich giga ready. Fühlt schön, wenn wir jetzt beide mit leider doch wieder mitlein spielen. Ah, fuck, hätte ich nicht nehmen sollen, ne? Jetzt hätte ich gerne den Watch-Up. Ja, oh. Musst du schnell setzen. Wie ist das einmal kurz? Ich will hier übelgern den Red Buff haben, ne? Die können jetzt alle auf euch kollapsen gerade, ne? Was gehe ich als drittes Item, Tim? GA? Ne, Sterex. Sterex, ey. Ich hab noch nie in meinem Leben Sterex gebaut. Kannst du sogar hier am Wargame, oder? Ja, die sind doch voll AD fast. Nein, richtig. Die sind doch fast voll AD. Was ist von der Nade hier? Ja. Ja. Woldi wäre... Tostana... Woldi macht meisten damage mit dem B und der Ulti, die macht Magisch. Alter. Spuck mich aus, du Arschloch. Warwick macht auch meisten damage mit Q. Ah, gut. Alter, der... Hat er einfach ne Stop-Bot. Hat er einfach ne Stop-Bot. Kann man vielleicht... Okay. Vielleicht ein bisschen green, ne? Wold in 10. Warwick hinter dir, Warwick ist hinter dir. Ich komm, ich komm. Ich hab ja 8 Ult. Er hat kein Ulti, der Warwick. Schöner Ult. Oh, Klassik, Kevin. Und er kickt da noch rein in die Pessels. Oh. Er wollte für ein 4000 IQ-Play gehen. Wart ein Warjump. Ja, ich wollt nur Vision holen. Ja, war so schön, ne? Ich bin 8-1, jetzt haltet eure scheiß Schnauze. Sola macht dir, gibt die größte Mühe. Richard Trian steht 8-1. Und alle bei E-Watch. Ohohoho. Wie ein ganz großer. Entschuldigung. Super, hast du das gemacht, Sola. Ganz toll. Na gut, ich bin ehrlich, Mann. Das war Drake-Secure. Die haben schon zwei N-Furners aus irgendeinem... Ach nee, wir haben zwei N-Furners. Alter. Was ist mit ihm? Auf Desktop. Ich bin auf dem Weg. Die holen wir doch. Ah, können wir das. Amener Schnickschnack. Oh. Bin gleich da, bin gleich da. 8 Ult. Keine Sorge, Jungs. Ich secure die Topside-Krabbe. Nee, lass mit der Tür. Dann komm. Hopp, 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 hopp. Ja, ich brauch hier nur zwei Hits. Ich komme, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ich schneide hier den Dicker. Oh, Korki, Korki, Korki. Ja, ja, ja. Dann eben keinen Drake. Hast du einen Stun? Ja. Ah, ist free. Wollen wir lieber in der Mitte Herbert placen? Oh, ich bin wieder raus. Guter Q. Da bin ich, da bin ich, da bin ich wieder. Alles gut. Kannst Herbert placen und dann Solo vor hier gehen. Ja. Danke, Kutsche. Bitte. Komm, mach keine Jungs, damit wir den Charge nicht... Ah, guck mal, perfekt. War ein guter Harold. Er ist doch wirklich gut. Danke. Pass auf, Korki, in Szene. Ah, du bist schon wieder old up? Oh, ich bin so ein... Junge Johnny, da hast du ja so gemacht. Echt dir so die Eier rasiert? Warte, du warte, du warte. Warte, als ob ich die Jump nicht durchkriege. So, was fehlt der hier? Warum macht Bolibar so viel Charme? Doch, ne, hätte ich sie gepickt. Wo bin ich? Da bin ich. Corkicon Package passt auf. Alter, dieses Movement von Jonny. Insane. Ja, einfach rechtsklick und go. Spin on my way. Ah, die gehen nicht mehr rein, oder? Doch, doch. Aber ich kann Blank verstehen. Als Jungler kann man sowas nicht einschätzen, wie stark man ist. Ich sterbe auch die ganze Zeit gerade. Ich bin von 9,2 auf 9,5. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Echt? Also, ich verstehe das. Oh my god, der benutzt halt alles für mich. Für mich? Für mich. Auf geht's, Ola! Schnoppi dir! Oh, äh. Komm, wir machen Barron. Da braucht das Schaff mal. Alter, ich habe zwei Items, ey. Fuckin. Komm ran, Sola. Ja, ich hab so eka Gold, lass mich resetten. Eka Gold, das ist resetten, ne? Resetten, flatten, sag ich immer. Ja, ich tipp hier da Topman rein. Schön. Immer an einer, der committed. Oh, er hat 76. Ich wollte. Ach Gott. Hast du gesehen? So insane. Ach, 10 Items, pass auf. Oh, dein Dammit ist auch nett. Und der ist, äh, die Killste, oder? Alter, fuck doch nicht so ab. Oh, oh, oh. Oh. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Sieht aus wie meine TFT-Wähne, Alter. Oh, warum geht das denn bei ihm los? Oh, oh. Ich dachte nicht, dass der noch durchgeht. Da, da, da war ich mir ein bisschen sicher. Kommt der Nash? Kommt der Nash? Ja, Nash, 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 Nash. Ich muss andere Sachen machen. Ich brauche Blubuff. Nash, Nash, Nash. Oh. Mein Damage am Nash ist wahrscheinlich recht gut, ne? Den sollte ich... Ja. Wie meine Passivate-Damage macht. Alter, 932. Damage. What? Wäre komplett dumm. Ja. Ne? Das ist der Rax. Sind wir wohl die besseren Autofills. Komm mit, ich hab ult. Ja, Legenden mit, Lainer. Ich hab kein Flash, kein Flash, kein Flash. Danke, Kutscher. Ich bin auch, Sid. Wollte ich ihn jetzt nicht klauen. Dann hätte er dir sowas von die Eier rasiert. Nein, ich bin aus dem PBE rausgeflogen. Instant Karma für den Krabbenklau, du Bastard. Äh, hier ist ein Mast... hier ist ein Volibear. Hey! Help me! Ist das gerade Main Intense, oder was? Ist gerade Maintenance, ja. Alter, mein Damage! Hey, Junge. Was machst du mit denen? Ich dachte, ich könnte, wenn Walt mich ultet und ich ihn ehe, dass der quasi wegfliegt. Aber das ist ja gar nicht so. Das ist nicht so, Johnny. Ja, man lernt nie aus, ne? Was sagst du? Death Dance, oder was nehm ich mit? Ah, ich würde jetzt schon langsam für Infinity Edge schon noch ein Kid-Ident gehen, ne? Phantom Dancer sagst du? Ja. Oder einfach Infinity Edge erstmal blank. Nee. Ein bisschen mehr Wumms hinter. Phantom Dancer erstmal. Erstmal... Ich hab schon so viele Ticks mit Kevin, ich kann das gar nicht. Boah. Das ist so viel. Zwei Nuller. Ach. Ganz klasse. Junge, Junge, Junge. Bren ist so ein cooler Champ, ne? Oh, mega. Ja. Ich hab dir die Zeit lang Mitte probiert nach den Waffs. Ich find mich auch cool. Ich dachte, das wär richtig nice, aber... Na doch nicht. Leider gar nicht. Alter, mein Fuß ist schon wieder so hart eingeschlafen. Ich muss grad wieder durch die Wohnung hüpfen. Vom Kicken halt. Aua. Guckst du denn, dass du den Fuß einschläfst? Weiß ich nicht. Ich hab den manchmal so überkreuzt. Merk ich gar nicht. Wow. Wowa. Oh, Bearman Powerspike haben wir gut genutzt. F otten nie. S하신. enquashoo. Was hat denn? Was hat denn? Ich hab' da experiencia gelalt. Der hätte schon fast Sön das Jahr gab. Und brauche ich den nicht. Da bewirkt man mehr Schaden. Machen wir einen Bot für die Menister? Man braucht schon zwei Leben, wenn man sie einfach töten kann. trotzdem schöner flash jetzt noch ein w gut dann doch nicht schön ziemlich hässlich ganz schön kackt der Steinine her schlecht my mind is telling me no Die feige sau Veräugst wir jetzt da ein bisschen nexus rein? Klar Wenn ein Evelev herrholler mache ich alles Preech die Backport mac hier ganz schön ordentlich das zweite mal in folge da hält ja so viel raus ich möchte was eigenes machen ich möchte nicht immer nur eigenes klappt nicht so gut ich zeige euch jetzt noch mal komplett legendären in sick das ist mein ziel für dieses game ich glaube nicht der corgi wird langsam dick lass mal hier spielen das macht doch spaß so in infinitesch da sehe ich mich schon noch ich mich auch so im anderen account auf dem ich auch zu diamond spiele sehe ich mich auch jetzt wieder hast du den schon in account da mache ich jetzt so ich meine nur so bis level 30 ist gut anstrengend da gibt ja auch andere wege ha 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 hör auf zu trollen jetzt ich treue doch gar nicht was soll die machen die können mich eh nicht töten okay mach dann noch mal jetzt mach ich nicht noch mal ich bin ja nicht blöd ja ich brauche nur zu feiern als du sprach wo wir kriegen hier gerade in den vorführen du kommst aber du bist wie sie noch mitgenommen hier sollen der hass ja bei der bunten können was sagst du wieder auf hin findet hier die reduction für das 1 gegen 1 genau das was ich hören wollte klasse idee team leider kacke wunderbar jetzt weil ich lege what the fuck klasse solar weil es welchen so komplett lege ab und zu ja das habe ich auch wenn ich streame habe ich das ui was war das denn genau wenn ich streame habe ich genau das problem einfach so spades die auf einmal so poppen so alle ja ja könnt ihr word stellen word oder komm ich rein komm ich rein haben wir komplett haben wir komplett hier steht einfach auch schon ein word mann wir können pushen die base die base 20 volt ich könnte mal pushen die frage ist ob wir wollen ja ich hab hier spaß dann müssen wir rein base für für äh äh ja äh äh lass mal äh lass mal burn machen alter ah ah er laut ah man muss die limits auch mal testen ne oh hier ist ein pink word kann der mit clean du hast ja immer noch 9k jetzt ja ich komm an keinen mehr oh klasse komm ich komm ich komm gut ja oh jetzt will er noch mehr ei ah noch ultimate ja ich kann nicht mehr benutzen schade oh ich doch noch oh also hast du aber meine e abbekommen der humorlose kick meinst du wir können das machen tim ich kann mich nicht befehlen ich bin perma stunn alter ja lass mal hier chillen lass mal hier chillen lass mal hier chillen lass das jetzt mal bitte banen die kriegen langsam nicht items nein das ist doch warum es da auch ein bisschen was spaß haben mal wieder das ist ja ein bisschen tanky das ist ja so tanky alter das ist ja so tanky alter das ist ganz schön tanky 160 mehr gegen bayne das ist ja immer mehr als damage ich glaub du brauchst ein voilster hier jetzt kommt baron hey das ist gar nicht der baron wo ich grad hinlaufe ne das sind die brüfe ne ne das ist nicht der baron das ist richtig ja aber die die haben kd package da sollten wir ein bisschen entspannen wenn der da rein sitzt kommt gut dann alles weg nehm wir werden auch hier on my way ne klassische bayne 11 9 jo ok wenn das du damals auch auf den resterver noch gespielt für was auf den resterver bevor season 1 quasi wo ganz kurz da war ich jedes game irgendwie 30 30 oder so einfach du spawns rennst runter und dann wieder von vorne vom warwick ohne tristana ja wir schnappen uns erstmal den warwick hier an die wand genagert der hat mich gut aber der sieht mich doch gar nicht aber jetzt Monchage Monchage rechtsklick was wir finischen jungs nesh na halt wir heute tfd spielen man ich auch oh shit ja das hab ich vergessen mach Ende Putschle mach Ende hast du das smite gesehen? war sick da waren es noch ein deathmatch ja ein deathmatch 20 min ja deswegen kannst du ja nochmal vane picken stimmt aber ne ist auch nicht so geil das ist nicht klebt du vane ich glaub die tristana kommt nochmal oder? ich hab zwei kills bekommen gerade im fight meiner oh 50 gold ne ah lecker mit der ausstellung seh ich uns jetzt eigentlich immer so bist du sogar unter 10 toten geblieben drin ein